Für die einen ein störendes Rauschen, für Ralf Thorsten Berger der Klang einer fast 100 Jahre alten bewährten Infrastruktur. Der 52-jährige Mittelwellen-Enthusiast aus Dessau kritisiert, dass nun auch der Deutschlandfunk am 31. Dezember um 23.55 Uhr seine sieben Mittelwellensender abschalten wird. Also ich finde das sehr bedauerlich, weil man kann auf Empfängerseite mit wenig Aufwand viel problemlos hören. Nur mono, stark rauschend, abhängig von Wolken und Wetter. Um UKW-freie Gebiete in Deutschland zu versorgen, sei Mittelwelle nicht mehr der Stand der Technik, sagt Chris Weck, war Deutschlandfunk zuständig für die Sendetechnik. Vor allem sei die Verbreitung des Deutschlandfunk über Mittelwelle sehr teuer. Die Langwelle und die Mittelwelle zusammen hatten wir bisher so rund 12 Millionen Euro im Jahr bezahlt, wobei ein Großteil an Stromkosten verbraucht wird. Um auf keinen Fall im neuen Jahr noch Strom zu verbrauchen, schaltet der Deutschlandfunk die Sendemasten Silvester dann auch um 5 vor 12 ab, wie es zuvor auch schon andere Rundfunkanstalt gemacht haben. Gute Nacht, Mittelwelle. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Nach dem Ende der Mittelwelle haben Radiohörer mehrere Empfangsmöglichkeiten. UKW ist vielerorts gut zu empfangen, bietet aber nur eine sehr begrenzte Senderauswahl. Wer ein digitales Fernsehkabel hat oder eine Satellitenschüssel, bekommt darüber auch sehr viele internationale Radiostationen und Spatensender, in der Regel gratis und in guter Qualität. Die größte Vielfalt und Flexibilität bietet aber das Streaming per Internet. Ungezählte Sender weltweit, zu Hause und unterwegs, in oft sehr guter Qualität. Auch der Deutschlandfunk liefert einen Livestream, besonders bequem zu hören mit der Deutschlandradio-App oder anderen Radio-Apps für Smartphones. Zu Hause im WLAN hat das Streaming keine Nachteile, sagt Volker Zota von der Computerzeitschrift CT, anders unterwegs im Mobilfunknetz. Dann habe ich halt möglicherweise nach ein paar Tagen durch das Internetradiohören, wenn ich unterwegs bin, meine Flatrate aufgebraucht und deswegen habe ich dann eventuell mit Aussetzern zu kämpfen. Außerdem gibt es in Deutschland kein 100-prozentig flächendeckendes Mobilfunknetz. Für eine bundesweite Verbreitung, die nicht von kommerziellen Interessen der Internetanbieter abhängt, setzt das Deutschlandradio daher auf DAB+, digitales Antennenradio mit guter Qualität und hoher Reichweite. Wo der Deutschlandfunk nicht per UKW und bald auch nicht mehr per Mittelwelle zu empfangen ist, seien vorrangig DAB-Plus-Sendemasten aufgestellt worden, sagt Chris Weck vom Deutschlandfunk. Sodass also die Hörer dort auch relativ schnell umsteigen können auf einen Digitalradioempfang. Mit dem Digitalradioempfang haben die dann nicht nur das Programm Deutschlandfunk, sondern dann auch das Programm Deutschlandradio Kultur und auch das neue Programm D-Radio Wissen. Doch für den Digitalradioempfang bedarf es spezieller Radiogeräte, die mindestens 30, 40 Euro kosten. Außerdem ist das Senderangebot im Digitalradio bisher sehr überschaubar und wird nie die Vielfalt des Streamings erreichen. Doch ob per DAB+, Streaming, Kabel oder UKW, irgendwie kommt das Radio ins Ohr, auch ohne Mittelwelle. .